Seit 20 Jahren gelten Harkon und Mette Marit als absolutes Traumpaar. Dabei haben es die Norweger anfangs gar nicht so leicht. Vor allem zu Beginn ihrer Beziehung wird die Liebe kritisch beäugt. Schuld daran ist die wilde Vergangenheit der heutigen Kronprinzessin. Denn eine Kellnerin, ein Partygirl und dann auch noch eine alleinerziehende Mutter? Nein, das ist für etliche konservative Fans des norwegischen Königshauses doch zu viel. Aber wie heißt es so schön, die Zeiten ändern sich. Heute, 22 Jahre nach dem Kennenlernen von Harkon und seiner Traumfrau, sieht die Welt ganz anders aus. Mette Marit gehört zu den beliebtesten Kronprinzessinnen Europas und wickelt mit ihrer charmanten Art auch den letzten Kritiker um den Finger. Doch am allermeisten liegt ihr natürlich ihr Ehemann Harkon zu Füßen. Am heutigen Tag wohl ganz besonders. Denn die sympathischen Royals feiern tatsächlich schon ihren 20. Hochzeitstag. Ein besonderer Anlass, der mit einem besonderen Foto gefeiert wird. 20 Jahre, schreibt Mette Marit zu diesem privaten Schnappschuss, den sie auf Instagram teilt. Vollkommen ungeschminkt schmiegt sich die Kronprinzessin an Harkon. Die Liebe ihres Lebens. Beide haben ein seliges Lächeln auf den Lippen. So privat, so natürlich, so voller Emotionen. Nein, diese tiefe Verbundenheit bedarf keiner vielen Worte. Hier lassen die Norweger die Liebe sprechen.